Guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Ich bin der André und darf euch heute hier diesen Seat Altea Freetrack vorstellen. Ist ein relativ seltenes Auto mit unter 100.000 Kilometern, 170 Diesel PS und das Ganze als Allrad. Das passt ja gut zur Jahreszeit. Von daher denke ich, der Zustand des Fahrzeugs spricht auf jeden Fall für sich. Das ist auch der Grund, warum wir das Video machen, weil für den, den es interessiert, was der alles kann, der schaut mal bitte unter das Video. Dort gibt es einen Link. Da geht es weiter. Hier geht es zum Inserat. Da werdet ihr weitergeleitet zur Mobile und solange das Fahrzeug zum Verkauf steht, geht der Link sozusagen auch. Ich bin vorher schon mal ringsherum gelaufen. Hier ist eigentlich fast nichts dran an Gebrauchsspuren, was der Laufleistung jetzt nicht entsprechen würde oder dem Alter. Von daher schaut auch mal gern in den Innenraum rein. Der bringt auch jede Menge Ausstattung an sich noch mit. Heißt, wir haben Tempomat, ein Sportlenkrad mit Multifunktion, Klimaautomatik, die Sportsitze. Schaut euch auch mal die Sitzwange an sich an. Das ist immer wichtig beim Sportsitz, dass hier nichts durchgesessen oder durchgewetzt ist. Hier ist gar nichts. Sieht auf jeden Fall vernünftig aus. Wir haben hinten die getönten Scheiben. Hinten haben wir auch diese Tische, wenn ihr Kinder habt oder so, dass denen die langweilig wird. Da könnt ihr was spielen hinten drauf. Wir haben Isofix. Man kann die Rücksitzbank auch umklappen. Somit hat man eine ebene Ladefläche. Schaut euch mal den Kofferraum mit an. Hier sind noch ein paar Fußmatten mit drin. Die geht man gern mit dazu für die schlechte Jahreszeit. Ansonsten habt ihr hier einen großen Kofferraum auch noch mit dem Trennnetz. Einen vollwertigen Ersatzrad. Also ich denke, der Kollege passt auf jeden Fall in die Welt. Und ich habe jetzt eigentlich nichts an Gebrauchsspuren gesehen, was der Laufleistung nicht entsprechen würde. Die Farbe Gelb ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich muss sagen, so schlecht sieht es gar nicht aus. Gerade die Kombination aus Gelb und Schwarz sieht immer ganz fetzig aus. Und ihr habt auf jeden Fall ein Auto mit Seltenheitswert, mit viel Platz, geringem Verbrauch, wenig Laufleistung und in einem guten Zustand. Ich denke, das trifft es relativ gut auf den Punkt. Und wenn ihr da Interesse habt, dann lasst es uns gern wissen. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da, am Wochenende 10 bis 14 Uhr, also am Samstag, und stehen da mit Rat und Tat zur Seite. Heißt, wenn ihr Fragen habt Richtung Entzahlungnahme des alten Autos, eine Gebrauchtwagengarantie oder eine Finanzierung, das bieten wir alles aus einer Hand. Von daher danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Ciao.